Schult start, Countdown is over, welcome, Dobriegen, Bienvenue Another day of control Let's do this Instant campaign is up Let's see how far we get today Loading, loading What is this? Here is the director of Faden, I need a repair at this point I am shocked, holy shit Holy shit I call reinforcements and scared when they arrive OMG, holy shit Hello Somebody here Okay Okay And here Gr unprecedented Now You're going to hurry Not f john Wait Holy shit. Energie, I need energy. Energie, I need energy. Okay. Okay. My reinforcement is still alive? No. Network disconnected. What we should do? Hmm. 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 Hm. Hm. Hm hm hm. Nichts. Keine Kontroll-Unit. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir etwas machen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Florenes Gehirn. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Kill it with light. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Man, das ist dark. Ich habe eine Idee. Das ist wirklich, wirklich dark. Ich habe eine Idee. 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 Warum kann ich das nicht nachdem. Ich habe eine Idee. Hoid. Hmm. 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 Okay. 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 We need this. And we need. Nope. Nope. This. Hey, come on. And we need this. And this opens. Okay. Then we need the yellow. We need the other yellow. Hello. Hello. Where's the other yellow? This. What? No. No. We need... We need... This. 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 And... And... Yes. We need this. Nice. Come on. Blue. Blue. This is blue. Okay. Okay. Then... Then the yellow one. Yellow. Yellow 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 yellow. Yellow yellow yellow. Oh... Okay... Okay... Hallo? Vielleicht brauche ich das? Hallo? Anybody hier? Oh! Okay. Safe point. Oh, no. Oh. Okay. Oh, shit. No! I'm dead. I'm so dead. I'm so dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Holy shit. I'm dead. Maybe we should start our giveaway. Let's see. I'm dead. 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 He's dead. I'm dead. I'm dead. Hmm. Oh, yes. Totalmente großartig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 maybe we need this nope funky Oh oh, nicht gut, nicht gut. Oh oh, nicht gut, nicht gut. Oh oh, nicht gut, nicht gut. Okay, safe point. Gut. 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 Okay. Okay. And where do we get Generators? It's a little bit complicated. Where are the Generators? I don't know. I don't know. I don't see any Generators. Oh, he is so. Oh no! Come on! 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 Hm. Kürkis, danke für die Warte. Probierst du in Art. So ich warte ein paar Sekunden. Willkommen, Raiders. Okay, ich denke, das Ad ist über. Kassandra, willkommen. Wie sind Sie? Kürkis, danke für die Warte. Danke, danke, danke. Sehr nett von Ihnen. Willkommen, Raiders. Oh, oh. Holy shit, this was close. Okay, still not able to... What? This guy. Holy shit. Okay. Come on. One Reactor left. One. Oh no. 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 Let me... Cheat. That was close. Welcome, welcome. Let me give you something. For the weight. It's not much. But... Um, 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 um. You take a coin buff. And by the way, we can... We can... Reopen the crate giveaway. If somebody wants a crate. Hmm. When I pull this reactor out. The light goes off. And this guy is... Um, able to get to me. And I must in this direction. Where he is standing. This is not good. He shoots. What? He shoots. What? Cheetah. Damn. We can not destroy the window. Okay, we can. So maybe I can enter through the window. Plan B is to throw the generator through the window and run, but I am not sure. Run! No! No! Go away! Run! Oh, holy shit. Okay. Plan B was a little bit successful. Go away! Where is the shelter? Here. Again. Really? Really? I have to follow this guy again. What before we do this? Okay, fill up the life bar. Upgrade to stuff. Pulse. Okay. Life is refilled. Come on, where are you? This deep dark hole. No. This was not the right deep dark hole. No. 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 Wir müssen noch ein paar Upgrades geben, damit wir noch mehr haben. Nein, ich kann nicht mehr. Energie. Okay. Let's stroll this way. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay That's a little bit high Okay, successful Where are you going? Good morning No more and spawn 17,000 enemies I know you want this game Spawn it Active investigations Maybe I have to go there Yeah Wissen Sie, es ist einfach schön, jemanden zum Reden zu haben. Seit ich das Panopticon leite, behandeln mich meine Kollegen irgendwie anders. Als wäre ich verrückt, weil ich mit gewandelten Objekten arbeite. Sie verstehen gewandelte Objekte einfach nicht so wie ich. Ich will nicht angeben, aber man muss sehr empathisch sein, um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Ich will nicht angeben. Warum muss man denn da so persönlich werden? Also. Die Forschungsteams arbeiten auch täglich nicht. Es ist so dark hier. Ah, mein Gott. Ah, mein Gott. Boom. Willkommen zurück, wie ich vorhin sagte. Trotzdem, warum muss man denn da so persönlich werden? Die Forschungsteams arbeiten auch täglich mit paranatürlichem Material und niemand hält die für abgedreht. Naja, das stimmt nicht. Darling hat den Ruf, eine Macke zu haben. Aber wenn er komisch ist, dann ist es charmant. Gewandelte Objekte sind gar nicht so schlimm, wenn man sie erst einmal kennt. Wenn man weiß, was sie mögen und was nicht und worauf sie reagieren, muss man sich keine Gedanken mehr machen. Vermutlich sind wir letzten Endes nur wilde Tiere, die vor dem eigenen Schatten ankommen. Eigentlich sollten wir alle auf der selben Seite stehen, aber manchmal wirkt es, als würde jede Abteilung nur für sich kämpfen. Was? 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 Holy shit, this was close. Let's go. Give me that load. Let's go. 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 Funky. Let's go. 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 Okay. Let's go. 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 Hmm. Oh, hello Erik. That was fast, you were right. Nobody wants a quaid. It's over here. It's over here. Hm. How can we... Go this way, hm. There's no way. What? Why? Why? I need a lamp. Dang it. Where I get the land? Must be safe. Oh, the train has a lamp. What? Why? 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 Stopp! Come on, come on, my lootpots! Stopp! A little bit more, okay. Stopp! Stopp! Come on, come on! Just a little bit. Yeah! Okay. Stopp! 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 Hmm. Somewhere alive? Can I shoot you? No. Okay, wir versuchen das jetzt noch einmal und dann ist Schluss mit lustig. Verstanden? Gelee! Woher kommen Sie? Großes Chaos, auf und locker und schweres belegtes Brot. Himmel, hat jemand eine Ahnung, was dieses Ding uns sagen will? Heiß! Dreck arrangiert dich! Warum sind Sie hier? Was zur Hölle wollen Sie? Warum waren Sie in diesem Rauschiff? Schule tragfähig, junge Junge. Ich viele brennende Ringe durch und drüber. Wind und Windig, Mitchell. Hat er Mitchell gesagt? Gab es einen Mitchell bei der NASA? Ja. Wisst ihr was? Lassen wir es. Wer reicht's jetzt? Schickt das Ding in den Forschungssektor. Da können Sie es aufschlitzen oder was auch immer. Hören Sie das? Die schlitzen Sie auf, Sie Nervensäge. Spinnenzeit! Du, du, du. Spinnenzeit! 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 Okay. Okay. Ich habe nichts zu looten hier. Nichts. Was? Na klar. Direkt über mir spawnen so was hier. Ah. natürlich natürlich ok better watch the walls hang again hello somebody here somebody okay 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 great almost dead no way okay 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 still alive that's great okay 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 Oh no! No, fuck! Let's think of another strategy. What can we do? Oops. Monkey. Ah, cool. Come to me, come to me. Hehehe. 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 Scheiße! Okay, wir haben das. Wer sind wir? Ah, das Wound-Cycle-Thingy. Hello. Not there. Okay, let's give up the energy. Okay. 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 Und was? Was ist das? Okay, cool. Okay. Oh, a loot chest. Oh, a loot chest. Oh, a loot chest. Oh, a loot chest. How is it going? Mhm. Okay, nicht so interessant. Save point. Save point. Wer weiß, vielleicht brauche ich das. Boom! Boom Next Somebody else What? Bea Where are you? I don't know What's up? Where are you? What's up? Where are you? What's up? I don't know What's up? I don't know Was? 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 Dieser Mann! Fuck. 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 Okay. This guy is done. What now? Okay. We see something to loot here. It don't looks like... Microphone muted. Microphone activated. Okay. Maybe it's not so good to fall down. No. 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 Was ist das? Okay, I'm already lost. Maybe the other way has loot? Let's look. Totally great. Okay, better not go in. Okay, we do a short break. I'll be right back. Okay, back. Back to business. Maybe somebody wants a crate. Maybe not. We will see. Okay, looks like the end fight. Okay. 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 Das macht Sinn. Das macht Sinn. Hm. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hmm. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Okay, cool. Oh, okay. Hallo? Okay. So, ein Versteck weniger für ihn. 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 Okay. 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 This is done. Let's go back. Oh, wait. Let's start another prediction. Okay. Okay. Let's go back. Let's go back. Let's go back. Okay. Let's go back. 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 Das war's. Das war's. Is this a big building? Ich habe noch eine Frage. Sie haben in früheren Gesprächen erwähnt, dass Ihre Patienten, ich paraphrasiere, unnatürliche Fähigkeiten an den Tag legten, die Sie während Ihres Aufenthalts in der Lodge forderten. Es wäre hilfreich, wenn wir uns hier weitere Details geben könnten. Natürlich. Wie auch Sie möchte ich die Regeln unseres irdischen Paradigmas verstehen und sogar manipulieren. Das Wohlbefinden meiner Patienten war mir natürlich wichtig. Doch ich wäre kein Mann der Wissenschaft, würde ich nicht nach der unterschwelligen Wahrheit suchen. Wie in meinem schriftlichen Angebot erwähnt, könnte eine Zusammenarbeit mit Ihrer Organisation beiden Parteien von beträchtlichem Nutzen sein. Wir könnten Ergebnisse vergleichen. Sie verstehen? Vielen Dank, Doktor. Mehr brauchen wir nicht. Dr. Emil Hartmann, Sie haben gegen die Codes 4, 8 und 74 des strafrechtlichen Systems des Federal Bureau of Control verstoßen. Was? Das können Sie nicht tun. Ich habe Beziehungen. Sie machen einen bösen Fehler, mein Freund. Sie werden bis auf weiteres festgenommen und Ihr Privateigentum, darunter auch die Codron Lake Lodge, wird konfisziert. Das ist absurd. Sie können mein Eigentum nicht konfiszieren. Ich bin ein Bürger der USA. Ich habe Rechte. Die Lodge ist mein Lebenswerk. Microphone activated. USA. Ich wünsche Ihnen Forschungsergebnisse. Bringt ihn weg. Sie begehen einen Fehler. Sie müssen mir zuhören. Mikrofon, hören Sie mich zuhören. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Oh. Save point. Ich habe wieder vergessen. Ich hatte doch... ...einen Plan. Links verboss den Cod. Ich habe wieder vergessen. Er kommt. Ich muss sofort hier raus. Tauche tief. Und... ...what? Was auch immer mit Wake los ist, er braucht eindeutig Hilfe. Okay, what now? Next. 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 Okay. I got the key. I got the key. Next. VTVTT. Yes, it's okay I think. The only bad thing about this is I have to play a native resolution of my monitor. I must lower my settings because I play on 3840 versus 1080 and I must lower my settings because of course my graphic card is not able to do all the settings with more fidelity. This game is too stupid to save the windowed mode and ATP. So I have to play Borderless and then the game takes all the way, all the pixels. So is it's okay this game. And OZ Fuentes, hello, welcome. I'm sure when I play in 1080p when I have more details, graphic settings on, it's more beautiful, but I cannot play in 1080p, but I cannot play in 1080p. The game is too stupid to save it. When I tap out to, for example, start a giveaway on Zeta, I must tap out of the game to go in the chat. And when I press alt tab, the game is resetting the resolution. It's going back to 3840 every time I tap out. It's not so cool. So it's okay, it's not really the best game I ever played, but... What? Schicken Sie mir einen Ranger. Schalten wir sie aus! Dann đi brennen... Das war schön! Sieht mal wie mitte holen... Die sind die Notizen von Dr. Emil2 H muerte. Ich setze meine Arbeit vor. Wider an einen. Da gewisse Protα Ali gewinnen sie die richtige Gelegenheit nicht ergreifen wollen. Trotz meiner großzügigen Angebote liefen die Gespräche in Seher. Einige Leute wissen Kooperation nicht im selben Maße wie ich zu schätzen. Doch ich denke nun, dass es besser ist. Denn die mutige Pionierarbeit, die ich pflanzte, wird von den Fesseln der Bürokratie und Regulierungen ohnehin ständig behindert. Ich war schon immer auf der Suche nach solchen Partnerschaften. Ich hoffte einmal, dass ich mit Alan Wake kollaborieren könnte. Zusammen hätten wir Kunst erschaffen, die sich die Welt noch nicht gesehen hatte. Doch Wake war ein Sturkampf und ergrößte. Typisch Schriftsteller und daher enttäuschend. Aber nun ist Wake wie Top 4 in Colgan Lake verschwunden. Das ist an dieser Stelle mit meinen Haaren. Neuen Du-Bates! Statt er im See verschwunden, wurde Thomas Zane ein Gefühl von mehreren Leuten des Wettkens gesehen. Ich sehe darin einen Hinweis darauf, dass die Personen im See nicht gänzlich fort sind. Ich nehme an, dass Wake eines Tages aufzulösen wird. Trotz des Kreuz, den ich gegen den Mann heben mag, kann mich sein Talent und seine Entschlossenheit nicht wirklich helfen. Darauf habe ich geschlossen, dass der Segen und der dunkle Ort auf seinem Grund nicht so weit von dieser Welt entfernt sind, wie ich es vermutet hätte. Da ich mir bewusst bin, was mich erwartet, ich mich gründlich vorbereitet habe und mir meine außerordentliche Bildung zu ihm zukommt, halte ich mich ungleich besser vorbereitet als Tom oder Owen. Wie auch sie sollte ich also dieses dunkle Reich betreten und dennoch zurückkehren. Nun fehlt nur noch der Tauchgang. Das ist die Bürde des Wahrheit zu fliegen. Morgen werde ich mich in die Finsternis stürzen, auf das mich das Licht des Wissens leitet. Es ist Zeit für einen Durchbruch, bis ich zurückkehre. Wenn du das hast, das ist wohl eine Neue! Okay. Okay. Come on, hoch hier! Ich kann ihn nicht abwenden! Scheiße. Ich kann ihn nicht abwenden! Das ist... Das ist Scheiße! That's shit. That's shit. That's shit. Okay. Auf wen schießt du? Der ist auch untötbar und sterblich. Der ist auch untötig. 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 More energy. Who? Glueck. Schön. Dun. Funk. Ugh. Ein. Was? 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 Das ist nicht möglich. Was? Das war der Spaß. Was? Das war die Wutt des Kgereions sacernsch Ivana. Das war's für heute. Der Barsch! Das ist nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Was ist der Fug? Direktorin Faden hier. Ich brauche einen Ranger an meinem Standort. Das ist wirklich nicht fair. 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 Oh no. Wow. We need the light. Oh shit. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Low energy. Das war's für heute. I need energy. Give me energy. The fuck? No energy. No energy. No energy. No energy. No energy. No energy. Two telegrade. I'm dead. No energy. 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 to hot this game Direktorin Faden hier. Ich brauche einen Ranger an meinem Standort. Nicht nur einen. Vielleicht wäre ein zweiter auch nicht schlecht. Ich brauche ihn. Was ist das? Wer sind Sie? Mofo, 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 wer sind Sie? Mofo? Mofo, wer sind Sie? Mofo, wer sind Sie? Mofo, wer sind Sie? Was ist das? Damn, only when the light is on I can damage him. Oh, yes. Damn. Hello. I press F. Oh. Damn you. Now he's full again. I hate this. Oh, I hate this. You have no time to damage him. No time. Again. 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 I hate this. Again. Again. And again. Let's grab some energy. Great. Hello. Hello. Curse the stupid. The bad. I hate this. I think it was good. I'm going to kill him. Again. You can't do nothing. Was ein Endmatch, das ist so unfair. Und das. Slowly I'm beginning to hate this game. So unfair hard. Schicken Sie mir einen Ranger. Schalten wir sie aus. Hm. So unfair. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Was ist das? Das war's. 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 Holy shit. Das war's. 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 Again, 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 again Where are the task manager here? This is great. The game is crashing and the windows doesn't show task manager. Hello. What we can do? Hello. First, we give Mason down this crate. GG. Second. It's simply not possible. Fucking game. Okay, until I can fix the problem, I go in pause mode. Okay, I was able to recover my system without restarting it. The game was so crazy bored. Even the task manager was not accessible. So I clicked log out of the system. And on the question of if I want to terminate OBS, I said no. Every other program was terminated but OBS was running. So I was able to recover all the things. Damn you shitty control game. Now I have opened my task manager on different monitor to kill the game if it is another time stuck. I think the Q&A for this game deserves a kick in the boot. But luckily. I don't have paid the full price. For this sheet. So. Where we go. Oh. Yeah. You. 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Labor? Das war's. 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 Mwmwmwmw Ja. Ja. Okay, there's nothing. Okay, there's nothing. Okay. 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 Nothing here. Okay. 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 Ich habe keine Ahnung, was er will von mir. Hm? Ich habe keinen Ahnung, war ich. Ich habe einen Ahnung, den ich sehr gerne versuche. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn? Warum kann ich die Anzeige pressen? Hm. No! Again. Okay. Okay. Hmm. Here's nothing. There's nothing. Nothing. Here's also nothing. What? I have no idea. No clue. I have no idea. This is too hard for me. What all these things do? I have no clue. 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 What he is wanting. I have no clue. 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 What? What the hell? I have no clue. Wie hattest du ihn verloren? Den Kopf, was für ein Kopf? Was? Was? Nichts hier? Den Kopf Der Kopf Der hier noch durch, der macht mich verrückt Und eine letzte Mal schauen wir hier Auf der Top Vielleicht etwas hier Nein Nichts Dann sage ich dich Ich habe keine Ahnung, was du für mich willst Ich habe keine Ahnung Blutkiste Ok Krill Ich habe keine Ahnung Hier ist nichts Ich habe keine Ahnung Jetzt tun wir eine andere Mission Eine andere Mission Eine andere Mission Der Maus hat gut weiter Ich tege Die In der Mitte In der Mitte Der ist eine andere Mission In der Mitte Die 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 Oh, Rexy, willkommen! Irgendwie ist jetzt mein Chat hier, der Moby ist stuck. Das ist alles ein Scheiß hier. Nicht immer warm, oder? Ja. Und willkommen erst mal, Rexy. Ich hab dich jetzt erst gesehen. Wir können ja keinen machen, ist er nicht. Ich probier das mal, indem ich die URL ändere und wieder zurück ändere. Und gar nichts. Das ist ja toll. Das ist ja richtig toll. Da haben sie wieder auf dem Freitag einen weiten Wurf gemacht. Ein Update gefahren, was voller Bugs ist. Könntest du wieder total ausflippen, ey. Wirklich so was von. So was von. Hälfte funktioniert nicht. Und erstmal schönes Wochenende gehen. Was die Leute mit dem Scheiß doch alleine. Was die Leute mit dem Scheiß doch alleine. Super. Die Emel hat mich da an. Mal raus. Nochmal rein. Ich geh zu. Titel. Übernehmen. So. Mal den neuen, schönen Chat, mit dem du nichts mehr machen kannst. Keine admin options. Ich kann nicht mal jemanden bannen. Was ein Weiterbuch, Leute. Was ein Weiterbuch. Dashboard funktioniert auch nicht. Du kannst alles voll in die Tonne drücken. Aber so was von. Okay. Ich kann keine Giveaways mehr vergeben. Giveitem ist nicht mehr da. Aber. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr sehr gut gemacht. Habt ihr sehr gut gemacht. Freut sich eher Streamer drüber. Hoje gesehen habe ich informiert werden. In mir ist es dann... Danke. Ich bin jetzt hier. Ich hoffe, der Jet hat sich nicht schon wieder irgendwie aufgehängt oder so. Kann man jetzt schlecht beurteilen, ob das ein Pitcher oder ein Bug ist. Okay, was haben wir? Oh Gott, müssen wir hier untersuchen. Das was? Wie? Wo? Tritt mit dem Zug in Kontakt. Guten Tag meine Damen und Herren und willkommen an Bord des E-Limited nach Chicago. Halten Sie Ihre Fahrgarten bereit und genießen Sie die Fahrt. Genießen Sie ein paar geschmeidige Sonnen. Nächster Halt, außen Karl und der Lohm springen. Feuer, Feuer! Auf Ihren Fahrgarten, bitte! Alles Beste! Okay. Okay, das war chaotisch. Ich habe das Gefühl, er wollte mir etwas sagen. Ob ich das Chaos ordnen kann? Noch mal? Guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Genießen Sie ein paar geschmeidige Songs, die Gedanken und Ohren entspannen, während wir unser köstliches Abendessen waren. Nächster Halt, Alton, Carlinville und Springfield. Das sind Alton, Carlinville und Springfield. Fahrkarten bitte! Fahrkarten bitte! Ich bin heute hier! Ich bin heute hier! Ich bin heute hier! Das Robo von mir kommen! Vielleicht. Wir müssen hier das? Ja! Das hat mir allesOOO! Wir müssen hier, glaube ich, die Ahnung! Dann, wir müssen hier das immer wieder! Wir müssen hier sehr gut, und natürlich an dich! Das ist ein Unternehmer! Was? Ihr müsst? Das ist hier ganz anderes. Meine Damen und Herren und willkommen an Bord des Eagle Limited nach Chicago. Halten Sie Ihre Fahrkarten bereit und genießen Sie die Fahrt. Guten Tag, meine Damen und Herren und willkommen an Bord des Eagle Limited nach Chicago. Halten Sie Ihre Fahrkarten bereit und genießen Sie die Fahrt. Nächster Halt, Outen, Collinville und Springfield. Feuer, Feuer, Feuer! Ich habe keine Idee. Ganz ehrlich, auf so eine Art von Rätsel habe ich jetzt auch keine Lust. Was haben wir denn noch? So wie Pflanzen mit Licht. Joey, danke für die Follower. Also, an der hat es broken. Everything ist broken. Und Setter. Everything. Willkommen, Willkommen. Hm. Das war's. Wo bist du? Komm raus. Bist du ein Zehngeld? Bist du das? Bist du das? Das war's für heute. Das war's für heute. You can't even see the viewer count on the new embed. It's so sad, Sata. It's so sad. 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 Let's go in. Hallo? Jemand hier? Ich sauge die Pflanzen mit Licht. Welche Pflanzen? Ich sauge die Pflanzen. 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 Ich muss sich hier bloß kurz andeuchten. So viele Rätsel. Wo sollen die Pflanzen sein? Hier sind doch gar keine Pflanzen. So viele Rätsel. Oh, schön. Fühlst du dich jetzt besser? Eh? Verstehe ich nicht. Eine Wagen wohl irgendwo, eine Pflanze. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Das war's. Das ist doch immer schlimmer irgendwie. Das ist doch immer schlimmer. 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 Update update. Nothing works. Now we have weekend, nobody is on work. So wie's Krug until Monday. Okay. 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 EC5, Kupfer, Incotivale Highlight, Okay. 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 Now I'm going to open a Tag called- Today is not my day. Just realized that the streaming program has stopped recording on the moment where we had the crash with us. No recovery possible. Today is not my day. I have no idea. From where we get to this sector. Medical wing. We are in the medical wing. Hello. Anyone left? Okay. Okay. We can do here. Okay. 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 38 fps why why are we dropping so hard frames just a second I look into that ah ok because the energy profile of the graphics card has reset it great there's no way to get in the other area loot box security center nothing happens oops hmm 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 okay again it's going to 40 fps why hmm 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 let's say yes Gigi Then we go with this give-away. We simply open every time a new give-away. Put some free here. Free. Save. Open. OK. Vision. Hm. Hm. What we can do. Find now and interagiere mit dem gewandelten Spielautomaten. Logistics. Let's look. We can solve this mission. Let's look at the sector. Let's go. 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 so late nice, defuel history is also broken what works on this side, what works now you cannot see your last donations because dashboard is broken you cannot see your defuel history sorry pg guitar yeah yo, come on you and you Okay, das kannst du nicht abmachen. Das sind hier gewandelte Spielautomaten. Nee. Ach da. Was hier von Massenkontrolle ist, ist zu überleben. Huh? Ja. 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 Next Next What? Next 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 Das war's. 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 Lift. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Was geht ab? Was ist denn nicht durch, okay, was ist denn so eine Art Sackgasse, persönliche Modifikationen voll, schon wieder irgendwelchen Müll gesammelt. Was ist denn so eine Art Sackgasse? Was ist denn so eine Art Sackgasse? Was haben wir sonst noch umliegen? Genauigkeit, Schmitter, Schlafschaden, Nachtreffer, Mittwoche. Was ist denn so eine Art Sackgasse? 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 Ich bin so müde, um nach der Grund zu fragen. Ich schlafe nicht gut. Auf Befehl haben mein Forschungsteam und ich ein permanentes Untersuchungslabor im Fundament etabliert. Ich lebe praktisch hier unten. Ganz der gehorsame Forschungsleiter, für den Vater mich erzogen hat. Tagsüber untersuche ich diese seltsame Säule, bei der Northmore die Waffe gefunden hat. Zuerst war ich etwas halbherzig dabei, zugegeben. Doch dann entdeckte ich zahlreiche nicht-aristotelische Energiekanäle, die an mir zusammenlaufen. Meridiane, Drachenstraßen, heilige Linien, wie sie auch heißen. Aber diese Säule ist der Knotenpunkt. Ich habe etwas konstruiert, zu gleichen Teilen Talisman und Technik. Eine Anordnung, welche die Meridian-Knoten gliedert. Und das ist zumindest die Idee. Wir werden sehen, wenn ich fertig bin. Ich arbeite lieber nicht vor der Säule. Ich bin nicht der Einzige, der meint das Ding hätte Augen. Mhm. Ich bin aber auch. Achso. Ich bin nicht der Verbesserung. Ich bin nicht der Anmache. Ich bin nicht der Anmache. Ich bin nicht der Anmache. Ich bin nicht der Abhängen. energiekernlager so viele energiekerne einer ist nur aktiv das andere da ist noch einer den nehmen wir mal mit wer weiß wofür wir den noch brauchen so und hier noch was energiekerne tollen zugang und ein trittstag hat eine großangelegte suche nach objekten ähnlich der amtswaffe angeordnet er behauptet es gebe noch mehr aus aber wie kann er so sicher sein er ist komisch in letzter Zeit spricht darüber wichtigere dinge zu verfolgen und erwähnt ruhig eine Pyramide auf meinem drängen hin beschrieb er mir endlich diese Pyramide umgedreht schwarz mathematisch perfekt tatsächlich haben mir adam und die anderen zahlreiche umgedrehte dreiecke angekühlen gezeigt sicher besteht ein zusammenhang ich sehe ihn hier noch nicht was okkulte symbole angeht sind dreiecke keine seltenheit flatt levi kohl nutzten diese form als käme sie aus der mode stehen sie auf der hypotenuse ist das ein symbol für stabilität und stärke umgedreht auf der spitze steht es für konflikt und stagnation natürlich ist die ausrichtung eine frage der perspektive der blick von unten zeigt eine pyramide der blick von oben eine andere northmoor sagt der blick von unten auf die umgedrehte pyramide ich frage mich blick auf jemand mal von oben auf die herunter mhm 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 Oh, shit. Okay. Was else we can do here? There is no generator here. I don't know if I'm able to do this. I'm able to go there. Let's try. Oh yes! Maybe I need this generator. Let's take it with me. Maybe. 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 Safe point. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. What? What? Okay. Okay. I'm totally lost. I have no idea where I am. I have no idea. I have no idea where I am. Okay, two ways. It's right, left. Left is not the right way, I think. I go here. This was close. I have no idea where I am. 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 I have no idea. Und ja. Okay. Und ja. 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 ja. Und ja. Und ja. ja. Und ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nice, Riffel is broken. Everything is broken. Literally everything. Okay. Dashboard is not loading. I cannot wait anyone. Thanks for the Follows. Thanks for watching. We see, when I stream tomorrow, you see the notification, when not, I send a notification to. We will see. Bye bye, arrivederci, tschüss, auf wiedersehen.